Servus miteinander Wir machen Berth Hutsches Der braucht jetzt ganz dringend steht da Weil der hat 3$ geklaut 3$ hat er geklaut? geklaut und die müssen wir jetzt ganz dringend zur Rekorde gehen Ok Wir sollen auch Quäle haben nicht gesagt Wir sollen Haue Fessele Ja Sevenagel Sevenagel ansenke und so Zeug Ganz schlimme Sache sollen wir machen hier Ist klar Ganz ganz böse Sache So, dann geht's los Jibiii Wie, kennt Gelber Strich? Ah, jetzt Jetzt, guckst du oder reite mal einfach Reite einfach Guckst du oder reite mal einfach Das ist schon da Oh Da ist es schon Also Ja Aber Was soll ich gucken? Ne, weil der Gewörter Schluss ist Deswegen wollte ich jetzt wo Ob du auf die Karte gucken 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 Das ist ja der Effektor Ja, gut Die 3$, die hat er gerade eh geklaut Ok, ich glaube der ist ohne im Bergwerk Ja Glaube ich auch Ich bin jetzt oder over Weil hier ist ja der der Eingang nach ohne Ja Das ist nämlich nächste over Ja, das ist ohne im Bergwerk Ne, ich komm mal runter Ne, guck mal ob irgendwo Spur ist oder so Ja, aber ich glaub's nicht Cool Da waren wir aber noch nicht Bist du da bereit Ja, dann Geh mal runter Ja Ich opfer mich, ne Ja, opfer dich Ja, da steht sie auch Begiblich zur Mine Zu der Mine in Annisburg Ja, da hätten wir aber gar nicht ran müssen Da hätten wir auch gleich unter den Aufschrinnen Ups, ich bin gerade runter gesprungen Hehehehe Moin nicht auf die Fresse gelegt Moin schon wieder Oh leck, jetzt muss ich aber Medizin runter Das kann auch nicht so schwer sein wie die Oder ohne geht direkt los Ne, du hast wahrscheinlich alle aufgefallen Oh, scheiße Alter, die geht direkt ab Wie schon da? Ne, du hast ja... Achtung Geh mal so weg Ja, das will ich ja machen Das ist doch Ja, danke Wir sind aber die normalen Minerarbeiter, ne Die sind aber rohe Ja, weil du die irgendwie aufgeschleucht hast Weil sie ständig sind Eben und Mord Oh Ich glaube ich selber auch gleich Wie dann? Wie dann? Wie dann? Wie dann? Ja, ne Na, so bin ich zu dir Werden wir eh wiedergelebt Ja Oh, da kommt noch mehr Oh, verdammt ich brenne Achtung, der ist abläuft. Jetzt bin ich tot. So, jetzt bin ich schon tot. Okay, ich bin wieder ganz raus, irgendwie. Ah, jetzt muss ich dann aufpassen, Alain. Naja, du warst direkt los. Nee. Nee? Warum hast du nichts gesagt? Ich habe dreimal gesagt, ich bin tot. Ah ja, tot, hast du gesagt? Naja. Was soll ich denn mit uns sagen? Hey, kann ich mich wiederbeleben? Ja, das wird den haltet, ich bin tot eigentlich. Alter, komm, Sau, Phil, geil. Okay, ich komme jetzt irgendwie aus der andere Richtung. Okay. Wieder auch, ne? Danke. Hä? Du hast nicht gerade in Luft gehen. Du bist tot? Nee. Aber ich bin durch die Gehen, ich bin durch die Gehen. Ja, das ist ja nicht schlimm. So, jetzt aber ruhig. Ich bin durch die Gehen fliehen. Also der ist schon gefährlich? Nee. Nee, der ist tot. Nö. Wie, nee? Und er ist tot. Okay. Also mir soll leider tot angezeigt werden, das ist natürlich doof gelarvt, aber das war so viel, ich war allein, was er nicht solle mache. Ja. Dann sind Sache in die Luft geflogen, wie es so passiert. Nee, was soll ich sagen? Ja. Und dann, war er Bums, kaputt. Da er da. Oh, jetzt habe ich eine Tarot-Card. Also, ich muss mir merken, mit Nancy unterwegs heißt lebend und mit Sajak unterwegs heißt immer dead. Was soll das heiße? Ja. Will ich jetzt nicht sagen, dass ich ein wahlloser Killer bin. Na doch, eigentlich schon. Tch. Ich war allein. Du hast mich ja im Stich gelassen. Alles klar. Ja, wo geht's doch raus? Wer hat wen denn hier nicht versorgt, hier mit der Munde? Ey, du hast gesagt, du bist tot. Ja. Jeder normale hätte gerufen, hallo, hallo, como, 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 ich lebe noch. Na doch, ne, bisschen, so. Machen wir mal was, Henshin. Könnte ich mal sagen. Ah, schon war hier nichts gemacht. So, Bewegung, Bewegung. Ja, ob ich da richtig lave? Oh, da lave der Typ. Ah, das ist Chef. Vorarbeiter. Ja. So, da sind wir doch. Okay. Okay. Also, ich bin auf jeden Fall in deinem Leder. Aber dann kannst du ja mit einfach so hochstehen. Ah, ne. Das wäre, geht doch aus dem Lied. Ja, fand ich aber, fand ich aber schon ganz cool hier in der, in der Höhle. Absolut. Weil ich hab's auch noch nicht gehabt. War sehr geil. Äh, bergleich. Ja. Und bisschen draus. Oh, cool, dass wir trotzdem so viel Dings rumlaube. Oh, Jochen, Jochen ist schon wieder rum hier. Hey, ich bin schon beim Sheriff Büro quasi. Ja, ist klar. Das ist wichtig, so passt er natürlich immer. Was hat er nicht verpasst? Ja, wie ich denn hier rumschleppe? So, ich gucke, wie der runterkommt. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Soll ich klatsche? Da. Daumen hoch. Jibiii. 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 Sehr schön. Naja, so drei Minuten haben wir noch. Das packt schon. Da können wir auf der Aufhänger. Wollte ich ja nicht ganz machen, aber gehen nicht. So. Achso, ne Quatsch. Ich dachte, ich geh mal rein und den Tor ab. Muss ich denn da draußen irgendwo ablegen oder was? Ja, der ist doch kaputt. Naja. Muss er vor die Tür. Wenn er kaputt ist. Naja. Kalt wie ein Wagen gerannt. Aha. So. Und? Sehr schön. Na, immerhin. Was gab's? Was gab's? Hallo, 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 hallo. Na, nicht viel für die Leiche. 0,16. 290 Kopfgeld. 9 Dollar. Joa, boah. Naja. Naja, naja. Naja, naja. Bin ja zufrieden. Danke fürs Zuge, also die ist cool. In der Mine ist echt schön. Der Rest und Wohl. Ciao, ciao. Bye, bye.